Es hat mir einfach immer wieder geholfen, da rauszukommen, wirklich was zu tun und wirklich zu sagen, das sind die Stunden, die Tage, die du draußen bist und unterwegs bist, wo einfach wo du dich leben spürst, wo was passiert. In den letzten 10 Tagen hat uns der Hanna aus dieser Kette herausgemessen und hat gesagt, vertraut mir, das wird gut und heute haben wir das begutachten dürfen und ich bin schwerst begeistert, weil es einfach, es zeigt das, was wir am liebsten machen, in die Bäume fetzen und es zeigt die Atmosphäre und es zeigt, dass es das Schönste ist, was es gibt. Ich mache sehr viel Skulpturen, auch aus Schnee und Eis, also mir taugt das Vergängliche eigentlich. Das ist natürlich der Winter, wenn sie gefroren sind. Es ist wirklich wichtig, dass es eine Passenzüge für die Performance ist, und ich denke, dass wir als älter und älter werden, wir denken zu viel über viele kleine Dinge, wie du. Das ist wirklich wichtig, dass wir als älter und 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 älter. Sollte und die, 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 die die, die zu schiefen sind. Vielen Dank.